Sie befinden sich in Österreich, einem Mitgliedstaat der Europäischen Union. Das Bundesasylamt als österreichische Flüchtlingsbehörde wird Ihren Antrag auf Asyl entsprechend der Vorgabe des österreichischen Asylgesetzes prüfen. Füllen Sie den Ihnen übergebenen Antrag wahrheitsgemäß und vollständig aus. Wenn Sie über Dokumente verfügen, führen Sie diese in Ihrem eigenen Interesse an. Unrichtige Angaben können zur Abweisung des Asylantrages führen. Es ist dem Bundesasylamt bekannt, dass Schlepperorganisationen und andere Informanten Gegenteiliges behaupten, diese Informationen sind zumeist unrichtig und schaden Ihnen mehr, als sie Ihnen nützen. Denken Sie daran, den Schlepperorganisationen geht es nur um Ihr Geld, nicht um Sie als Menschen. Wenn Sie sich entschließen, in Ihr Heimatland freiwillig in Sicherheit und Würde zurückzukehren, so können Sie professionelle Beratung und Hilfe in Anspruch nehmen.